LONZA LONZA hat seine Firma in diesem kleinen Viertel und er hat sie gebaut, um ein globaler Leiter in der Kontrakt-Manufaktoren-Organisation zu werden. Das LONZA-Werk in Fyss befindet sich inmitten der Schweizer Alpen. Es hat sich im letzten Jahrhundert immer wieder neu selber entwickelt und unsere Mitarbeitenden sind bekannt dafür, dass sie sehr zuverlässig sind. Wenn nötig, gehen Sie die Extrameile. Wir halten, was wir versprechen. Vom Tag 1 weg hat man gespürt, man war Teil von etwas Grösserem. Man war nicht auf sich alleine gestellt. Man hat herausfordernde Aufgaben erhalten, aber man hat auch den Support erhalten vom Vorgesetzten. Man hatte Experten, die zur Verfügung standen und man hatte das Projekt, was mit einem zusammen an diesen schwierigen Aufgaben gearbeitet hat. Ich studierte Biotechnologie. Und als ein globaler Unternehmen, LONZA hat mich gefühlt. Es fühlt sich so richtig, da. Und ich sah, wie viele Möglichkeiten LONZA gibt den Arbeitnehmern. In meiner aktuellen Position habe ich eine große Möglichkeit, um neue Dinge zu lernen. Und meine Managerin, sie unterstützt mich. Es ist ziemlich leicht, zu entwickeln, aber auch persönlich zu entwickeln. Die nächste Phase ist, um eine neue Zukunft zu entwickeln. Was ist Valet? In der IBAG-Solution ist ein Teil davon. Wir bauen hier manufacturing complexes. Es ist ein sehr flexibel manufacturing concept. Es ist sehr innovativ, wo wir auch an unsere Kunden zu adaptieren. Based auf die Technologie und auch auf die Produktion-Prozess, die Kunden in der Biopharma-Bio. Wir sind ein goldener Standard in developing cutting-edge-Technologie. Die Produkte, die wir machen, sind sehr neue Mediziner. Wir haben einen sehr kurzen Zeit, diese Produkte zu entwickeln, sie in der Facilität zu entwickeln, unsere Drugs-Projekte zu machen, sie zu den Kunden und die Patienten zu behandeln. Und das ist sehr spannend, die Patienten eine neue Chance geben, eine neue Möglichkeit, um die Patienten zu gestalten oder sogar die Patienten zu curern. Wir sprechen hier von einem Generationen-Projekt. Mit dem IBEX Biopark haben wir ein Projekt, das eine weltweite Ausstrahlung hat in der ganzen Industrie. Noch nie gab es eine solch grosse Investition hier am Standort und für unsere Mitarbeitenden ist das natürlich etwas ganz grosses, wo sie mitwirken können. Menschen stoppen nicht zu lernen. Und sie müssen die Agilität haben, um viel zu lernen, während ihrer Karriere zu lernen. Und das ist wichtig für IBEX, weil wir all diese Talent brauchen. Alles, was man in IBEX bekommt, man lernt nicht an der Universität. Das Lehrlingswesen und die Ausbildung, das hat bei Lonza eine lange Tradition und das entwickeln wir auch laufend weiter. Gerade bei den Lernenden haben wir die Experten von morgen bereits schon heute im Hause. Und Lonza bietet wirklich sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist ein wichtiges Fundament, das wir brauchen für die Zukunft. Deutschland hat ein sehr gutes Schulsystem. Und auch viele Sportler außerhalb der Schule. Meine Familie ist auch sehr engagiert und glücklich. Wir leben, wo andere Menschen die Freude spenden. Im Tal ein Stückchen hoch fährt, da kann man das Matterhorn sehen. Das ist super toll. In meinem Spare Zeit, ich mache Hiking, Running und natürlich auch Skiing. Also mit einer Freundin zusammen habe ich diesen Eiskunstlaufkurs angefangen. Und früher konnte ich immer so geradeaus laufen. Und jetzt üben wir Figuren auf dem Eis zu fahren. Und das ist so toll, noch was Neues zu probieren. Eine schöne Story über Lonza ist auch das Projekt Lonza macht dich fit. Und zwar geht es darum, dass wir hier gemeinsam einmal im Jahr in Zermatt den Halbmarathon mitbestellen. das bedeutet, wir machen hier dann gemeinsame Trainings und geht hier zusammen in einer Laufgruppe laufen, um sich hier fit zu machen. Ich finde es super hier in Bolles zu leben für mich. Ich habe an vielen Orten gelebt, es gibt viele schöne Sachen, aber speziell hier ist. Die Kultur ist einfach, zu beenden zu neuen Menschen und Sie finden sehr schnell zu finden. Ja, Sie fühlen wie eine Familie. Das ist wirklich schön. Ich fühle mich sofort wie zu Hause. Das ist dann, wenn ich bereits wusste, ich wollte an Lonza arbeiten. Ich bin froh, an Lonza, zu bauen die neue Zukunft für die Ibex-Solution, das ist eine promising Zukunft für die Valle hier. Aber nicht nur die Valle, sondern auch für talented Menschen all over der Welt. Das ist ein bisschen vieles zu tun. Das ist ein bisschen vieles zu tun. Ich bin froh, die Welt. Ich bin froh, die Welt. Ich bin froh,